die kinos ja und zwar nicht auf einen ziemlich alten kinofilm nämlich genauer gesagt auf den super mario brothers film aus dem jahre 1993 ich bin mir sicher für viele ist das halt eigentlich ein film der ja nicht erwähnenswert ist denn der film hat so wenig zu tun mit der videospielreihe wie wir sie lieben und geschätzt und kennengelernt haben dennoch die adaption hat nicht funktioniert trotz auch weil der film auch finanziell ein flop war und auch sehr viele kritiken bekommen hat schwache kritiken und trotzdem wurde das ganze ja auch zu einem kultklassiker lustigerweise habe ich diesen film das ist kein witz vor vier wochen nämlich gesehen ja im fernsehen auf tele 5 ein scherz habe ich wirklich liebe grüße an die macher von tele 5 schon dabei sind discovery nämlich nein aber nun hat man nämlich vor einiger zeit nämlich ist folgendes passiert und zwar haben anhänger von diesen filmen denn es gibt auch wirklich fans die diesen film trotzdem lieben auch wenn er viele andere mario fans oder videospiele fans komplett zum kotzen ist nämlich ja ausschnitte nämlich gefunden die in dem film nicht drin waren gelöschte szenen die nämlich nicht mit dabei waren das problem ist aber gewesen und darum hat man sich dann auch nun bemüht diese ganzen szenen sind in einem katastrophalen zustand gewesen viele würden sagen genau wie der film naja aber es ist wirklich schlimm gewesen denn klar eine vrs kassette ist jetzt sagen wir mal nicht wie so eine digitale datei die wenn sie gelöscht ist gelöscht ist und wenn sie kaputt ist kann sie überhaupt nicht mehr abgespielt werden meine vrs kassette ist es so wenn du sie nach jahren und jahren irgendwo liegen lässt oder zumindest öfters abspielt als sonst dann hast du sogar das problem dass irgendwann das material darauf ziemlich schlimm aussehen wird ja nun haben sich aber wie gesagt im rahmen eines projektes nun fans sich quasi aufgemacht und auch die aufgabe gemacht diese szenen zu restaurieren sie zu retten um natürlich sie auch der öffentlichkeit zu zeigen und diese arbeit so heißt es nämlich ist auch nahezu abgeschlossen worden brauchte auch und brachte und das ist kein witz 20 minuten neuen footage des filmes aus dem jahren 1993 mit bob hoskins ähm ähm und unter anderem auch dennis hopper als bowser wollte schon browser sagen als bowser nämlich hervor wie gesagt und über das internet archive kann nämlich super mario brothers the morten jenkel cut so heißt er nämlich angeguckt werden im übrigen ist das ganze auch auf youtube im übrigen zu finden ähm äh da kann man sich nämlich auch äh das der restauration nämlich angucken wo es auch nicht nur einblicke in die arbeit der letzten jahre gegeben hat also man arbeitet schon etwas länger daran sondern auch die szenen mit den persönlichen kommentaren dort gibt es sie nämlich und ähm wie gesagt es gibt manchmal es gibt dort auch wirklich szenen die ähm zusätzlichen kontext zu gewählten momenten aus dem film verleihen und es gibt auch aufnahmen die den film auch etwas erwachsener gemacht haben also die macher haben anscheinend dort ja auch ein bisschen angst gehabt dass der film entsprechend ja sagen wir mal zu erwachsen wird dass es kleine kinder oder jugendliche ähm die ja mit super mario brothers quasi erwachsen werden wohl den film dann auch nicht gucken können wollen oder wie auch immer und ähm deswegen gibt es halt auch dieses video ist wie gesagt auf youtube zu finden einfach mal super mario brothers und the morten jenkel cut auswählen der name wurde wie gesagt an die anlehnung an die beiden regisseurinnen und regisseuren des originals nämlich gewählt und ähm äh das neue material lässt sich aber auch anhand der timecodes die unter diesem video nämlich sind ähm sich auch dann sagen wir mal auch ähm gut erkennen also wird man dann auch sehen was rausgeschnitten wurde und was sagen wir mal drin geblieben ist in diesem film und man musste halt auch wirklich sehr viel mühe sich darum geben diesen film oder sagen wir mal diese vermissten szenen diese gelöschten sagen wir mal wieder zu finden und das ist aber überhaupt auch ein wunder ist dass das überhaupt passiert ist generell ist es ja aber auch so das muss man ja sagen apropos super mario film nintendo plant ja einen ja aber diesmal als animations film nämlich in den nächsten in einem nächsten gemeinsam nämlich mit illumination nämlich will nämlich nintendo ja nun einen animations film zumindest raus bringen es gab ja auch schon animations serien vor allem auch aus japan beziehungsweise auch er aus den usa muss man ja auch sagen wo zum beispiel halt auch quasi die geschichte so ein bisschen von super mario brothers 3 zum beispiel zu sehen war da habe ich mir heute noch mal ein video angeguckt und wer auch im übrigen infos zu diesem film haben will da empfehle ich den youtube kanal gaming historien da gibt es nämlich auch einen film zum super mario brothers film aus dem jahre 1993 wie das ganze entstanden ist wie oft dann auch die macher beziehungsweise regisseure und autoren ausgewechselt wurden und wie die schauspieler ja es bereut haben bei diesem film überhaupt mit zu machen deswegen schaut euch gerne mal an einfach mal gaming historien super mario brothers movie eingeben auf youtube und schon findet ihr das ganze unter anderem und wenn euch den diesen cut angucken wollt den montel jenkel cut dann einfach das eingeben dann findet ihr das auch entsprechend auf youtube und